Wir sind sehr froh, dass wir die Verleihung des NDR Sachbuchpreises hier zu Gast haben, gemeinsam mit dem Göttinger Literaturherbst. Wir haben als Sartorius noch den Life Science Explained Preis zusätzlich ausgeloben, der sich an jüngere Kommunikatoren aus dem Bereich der Lebenswissenschaften richtet. Der Life Science Preis erklärt jedem und jeder in ganz einfachen Worten bestimmte wissenschaftliche Zusammenhänge, sodass man es besser verstehen und vielleicht auch besser akzeptieren kann. Das finde ich für die gesellschaftliche Debatte, für den gesellschaftlichen Exkurs sehr, sehr wichtig und deshalb bin ich glücklich über diesen Preis, den wir hier vergeben konnten. Herzlich Willkommen beim NDR Sachbuchpreis! Und dem Life Science Explained Preis von Sartorius. Mehr als 40 Bewerbungen und zwar alle Formate, die man sich vorstellen kann. Wir hatten Bücher, YouTube-Formate, Podcasts, Comics und sogar Spiele dabei. Der diesjährige Winner ist Martin Moda, YouTube-Kanal Make Europe G'scheit Again. Herr Moda, Sie können schon hochkommen. Herzlichen Glückwunsch! Das ist deine Bühne! Das war ein wahnsinnig schöner Abend. Ich muss sagen, ich war unfassbar nervös, weil man halt nicht weiß, was passiert. Ich bin ja sehr gewohnt von Designs Busters, dass ich auf Bühnen stehe. Aber da habe ich halt das Skript, da weiß ich, was zu tun ist, vor allem weiß ich, was am Ende dann dabei rauskommen wird. Das war halt nicht so und deswegen war ich sehr aufgeregt und sehr glücklich darüber, dass das alles so gut verlaufen ist. Ich fand es total toll, dass Martin Moda heute auch erklärt hat, wie er überhaupt dazu gekommen ist, seinen YouTube-Kanal mega zu starten. Er wurde extrem viel mit falschen wissenschaftlichen Behauptungen konfrontiert und hat dann einfach geguckt, wie er dazu beitragen kann, dass Menschen auch komplexe wissenschaftliche Themen verstehen. Moment, Moment, Moment! Und deshalb bin ich dann irgendwann in die Küche gegangen, habe mir eine Orange geholt, Gewürznelken und meine Handykamera und habe einmal im Detail erklärt, was das Virus in unseren Zellen macht und weshalb RNA-Impfstoffe weder unfruchtbar machen, noch meine DNA verändern. Martin Modas Beitrag besticht halt durch seine Originalität. Also er schafft es auch in wenigen Worten, die sehr klar sind, mit, ja, mit Gemüse hätte ich jetzt fast gesagt und mit Obst zu erklären, was ein Virus ist, wie ein Wirkstoff wirkt, der ein Virus bekämpft. Das macht es eben so interessant. Man ist sofort gefesselt von dem, was er uns erzählt. Bei Life Science Explained war uns zusätzlich wichtig, dass wir gerade für die Lebenswissenschaften einen Preis für jüngere Kommunikatoren haben, die vielleicht auch mit anderen Medien arbeiten, mit einem YouTube-Channel oder mit anderen Kanälen, teilweise vielleicht auch mit Humor, einfach auch ein Stück kreativer, weil es, glaube ich, viele Menschen gibt, die so angesprochen werden müssen und sich dann aber auch mitreißen lassen. Wir freuen uns, dass es diesen Preis jetzt hier in Göttingen gibt.